guten morgen guten mittag und wie eh und je wunderschönen guten abend meine freunde ich bin jack von check in the game und willkommen zurück zu forever skies und auf gott haben ein weiterer dollar wie ich so schön sage und ich glaube wir hatten muss er erforscht ich glaube ich habe immer sogar er hat noch alles erforscht ja alles gut gut dann geht es weiter und dann geht es weiter in richtung ausrufezeichen 1,9 kilometer das heißt da in wo der ist 1,6 nach rechts sind wir und dann muss ich nur teile hier so bisschen mal synthetigte sammeln und dahinten mit santo mundo na komm schon jetzt auch mal nee war ja klar wenn wir mal gucken jetzt kommen wir mit irgendwo voraus soll es sein was wir nebenbei mal ruhig mal irgendwo an seinem tom wieder anhalten ladegerät klebezettel wieder regen was zusammen das beginn nehmen am besten haupt platine und wo die mehr das mal haupt platine in ruhe kann ich mal ein paar flaschen herstauen mal kurz gucken hier Forschung, 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 äh, Regenwasser. Bin ich vorbeigefahren? Ja, ich bin vorbeigefahren, das ist super. Hast du Regenwasser gesammelt? Gut, du hast da geforscht. Was ist da hinten? Ich habe mir gerade neugierst, was da ist. Hast du irgendwas da hinten? Äh, Appel. Und dann das beiden bauen wir theoretisch, ne? So. Oh, ich muss aufpassen, ich glaube, ich ramme das. Den Boden. Oh, der Bühne ist schädigt. Okay. Die Frage ist, komme ich da an? Ne, ich glaube nicht, oder? Unkommene Location erreicht. Ne, ich komme nicht da hoch, da wollen wir noch ein bisschen mehr. Oder? Die Seide sind irgendwie so. Ne, ich glaube, das ist erst mal runterkommen. Kannst du unten? Ah, gut, zu wissen auf jeden Fall. Gut, ähm, immer noch 144 Kilometer in die Richtung. Und da vor mir ist es auch noch Wirt. Vor mir links. Gedummien beschädigt. Gedummien beschädigt. Hat er hinten? Na gut, kann ich gleich erreichen. Ich muss nur ganz kurz. Da mal ein bisschen Kopf abholen. Kein Kraftstoff mehr. Super. Ähm. Da haben wir noch ein bisschen Synthetik hier. Sehr schön. So, dann. Marsch jetzt hier. Standard-Windpark erreicht. Also schon mal gut. So. Kann ich das treffen? Ja, kann ich. Ja, ja. Dann hab ich hier mal rüber. Erstmal rüber und dann, ähm, abbauen und erkunden. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen mehr... Boah, aber ich hab halt den Hand-Ding ist da nicht. Den Handabbauer. Was sind wir hier dran? Oh, Insektenküller. Super. Wer ist die Körperbatterie? Ähm... Ich hab hier noch abbauen, theoretisch. Oh, wir haben gerade in dem Virus anscheinend... ... eine bakterielle Infektion gerade verändert. Das ist gut. Hm. Was sind wir hier so schön, dass... Maschinenteile... ... eine Datenkarte mit einer Zuschauer-Ecke? Wow, okay. Ein altes, die so tun es gibt. ... Gelium... ... Kraftstoff... Ähm... ... sonst ist es hier... ... was ist hier in der Mitte? Da muss ja nicht was sein, ne? Ja. Du musst doch. Theoretisch. Hoffe ich irgendwie, aber... Ja, du siehst du. Leitplatten. Und... ... Helium. Auf Flickern. Das ist doch jetzt auch nicht so viel. Schade. Bisschen mehr, die mir auch um hier. Ähm... ... sind wir da voll? Okay. Ähm... Nutzen. Ähm... ... ansonsten kann ich nicht mochen hier. Oh, da ist noch mehr Helium. Oh, da ist noch mehr Helium. ... ... das ist noch mehr Helium. Oh, da ist noch mehr Helium. ... ... ... Wieso komme ich nicht raus? Jetzt gehen, oder? Ey, komm schon. Kann ich nicht rauskommen hier. Dankeschön. So. Mach mal Flecken irgendwo rumliegen? Ja. Irgendwo noch mehr separiert werden muss. Nö. Nö. Gott sei Dank nicht. Ich habe das Ganze gehustet. Leider ein bisschen leicht erkältet. Ich denke, zum nächsten Part ist es schon ein bisschen mehr abgeklungen. Das war immer halt nicht, muss ich in die Richtung. Andere Richtung. Ja, keine Richtung. So. Dann mal Abmarsch. Links muss man sowas sein. Na, das ist da anscheinend okay. Komm ich hier drüber kommen? Ich glaube schon. Dann nehmen wir immer kurz ein bisschen mehr Synthetik-Stuff sammeln. Ernsthaft? Kollege Schnürfuß, du. Uncharted-Area. So. Was haben wir gefunden? Schauen wir mal was hier finden Erstmal hier hoch What the fuck? Was bist du denn? Fick dich Kannst du mal kurz weise Ich bin nicht in deiner Nähe Also Mots bin ich an um Mistvieh wie sagt man hier zu groß geraten 1000 fischler so dass ich einen bock habe das hier irgendwie zu reizen sehr schön und sonst komme ich ja überhaupt gar nicht mal hoch sehr schön hier ist doch ein schmeißen guck mal hier super so man da eine sonnenmelone das war ja klar das war ja klar gar nix doch ein maschinenteil so trinkt man nicht wirklich was hier ne 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 ein bisschen mehr ist da und dann geht es noch hier rein entscheiden oder nicht direkt aber siehst du guck mal erst die hilfkasten nehmen zum hochheilen so wie komme ich denn jetzt da rein wenn ich da da hinten so ich brauche ich schon mein schiff schüren um da rein zu kommen so so jetzt haben müsste ich in der regel nur bis nach vorne müssen wir schon passen jetzt perfekt super kann man flaschen herstellen so ich hier könnte es so es so die das die So, da also. Ja, passt schon. Sollen wir hier? Gucken wir mal hier, die Flicken noch. Was ist das jetzt? Das ist eine Weichauflage. Do you remember forests? Okay. Ah, nix mehr hier. Also, ich kann hier hoch und dann kann ich da rüberspringen. Komm, geh doch mal jetzt da hoch. Dankeschön. Gott im Himmel, Harald. So, ein ganzer Kilometer noch, dann geht das. Ab hier. Wo ist das Schwurzwasser? Ich hab doch mal irgendwo gehabt. Okay, um was zu essen. Nee, wir wollen ja nicht malen. Wir müssen warten mit. Kann ich ja noch ein bisschen warten mit. Okay. Wir müssen ja nicht da sein, ne? Oh, was ist der Forscher eigentlich? Ähm. Welche Auflage? Wunderschön. Ein schöner Turm, ne? Na, komm, noch ein bisschen näher ran hier. Dankeschön. So, die Frage ist aber jetzt, wie komme ich da hoch? Guck mal, ich brauche noch mehr Turbinen. A-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Untertitelung des ZDF, 2020 Das wäre schön. So, dann, ähm, Turbinen anbringen, das könnte lustig werden. Das freut mich, ja. Oh. Ernst, der wird schon leer? Oder? So, na, alles so jetzt hier. So, na, alles so jetzt hier. Uncharted area. The preliminary analysis. Das ist aus Turm. Analysis completed. Detected new objects requiring stamina. Portion. A storm is coming. Das ist weniger gut gerade. Elzmügel. Ha, Bulli mehr. Ja. Das ist mehr gut. Das ist weniger gut. Das ist mehr gut. Der Chef. Das ist mehr gut. Das ist mehr gut. ok das war gerade ordentlich und hier ums wie groß ist denn die anlage jetzt mal ganz eurer und ehrlich gefragt richtig große roh guck mal bündchen hier ist nix no cement kann ich nicht mitnehmen schade eigentlich momentan noch nicht voll ist gut ich will das tun mit in der streie hinterflasche und das haben wir keine batterie mehr oh gott Fuck, ähm, mal ganz kurz wieder runter gehen. So. Warte mal, pflanzt du? Ah, dafür braucht man pflanzt du? Ah, klar. Nein, nicht nett. Ah, ja, ich gucke dich nach. Ähm. Pflanze und synthetische Materialien, alles klar. Armbosen, oh, wie, aber ich wollte ein Werkzeug hier. Ja, Ladegerät. Super, dann Armbosen, Bolzen, wenn das ist, kann ich schon mal ein Fabrikator, äh. Das bauen, ich kann ja keine Flash, wenn wir noch synthetische grad fehlt. Extrakt habe ich nicht genug, aber hier, Messer kann ich noch lernen. Printing completed. Das ist irgendwann mit Teile brauche ich noch ein bisschen mit. Printing completed. Hast du genug Auftrieb? Printing completed. Ah, ist zu viel, ah, ich kapiere, ich kapiere, ich kapiere, ich kapiere, ich kapiere. Ähm. Ja, und jetzt müsste ich auch eigentlich, die Batterie da. Super. So, das geht halt auf, das ist gut. Äh. Was kommt noch lernen? Klebezettel. So, ich hab schon mal 5 Volt, das ist auch nicht schlecht eigentlich. So, irgendwo im Außenbereich hier, da war eine Plattform. Anders. So. So, hier. Kaffee Nuss. Das ist mir das besser für, schade. So. Was ist das jetzt? Ach, Glas, okay. Oh, wir freuen sich. Weißtunter. Wo? Mistfee Tintenknolle Oh Ah, kann ich nicht kennen Da voll? Oh Ah, ich könnte es eigentlich Bei dem Glas, ne? Ich stelle mir grad ziemlich dumm heute an, ich weiß nicht warum Ähm, was ist denn das? Das ist nicht nur so viel Geld Ähm, hier ist 20 Minuten Immunität ist verbreitet Immunität ist verbreitet Vulnerabilität zu Virus erhöht Okay Irgendwo ist hier noch eins Au Ja komm ich mir die gerne ran Dankeschön Holzblumen Gartenzwerg Ich kann doch nicht mal den Gartenzwerg nehmen Immunität Immunität ist verbreitet Mit viral infektion Warte, kann ich das kennen hier? Sektenköder Ich merke einfach, ich muss richtig viel hier noch finden und sammeln, ey Ich stehe von der Reben blockierte Tür Ja Hahaha Oder ich habe nicht mal das Material dafür Das Messer Ah, was ist mein Schiff Ach, siehst du? Oh Oh Das war dumm So haben wir ganz was anderes hier Ähm Brauchst du, sonst kann ich gar nichts machen, ich muss auch jedenfalls mal sammeln wieder Metall Metall Und Synthetik Und Synthetik Sehr schön Das war's Und da kommt mehr Bisschen mit Metall nicht schlecht gerade So Ähm Wo ist mal kurz da rein? Äh, der Treibstoff Irgendwas was zum Lernen? Äh Nö Ich könnte mal noch ein Ding sehen bei dir herstellen Äh, erstmal, äh, Messer Brauch ich Plastik mal Plastik mal Hab ich hier? Ist das nur eins oder? Ne, fünf Ok, super Super So, wir wollen das zu 4 So, wir wollen das zu 4 Oder Oder mal Zeit hier Oder Schwierst du? Sehr schön Ähm Ähm Lassen wir mal überlegen Um 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 Daher zu stellen Was ist eigentlich mit Ähm Ah Wollen wir eine Kuppe dafür Hahaha So So Messer haben wir jetzt auch Perfekt Irgendwas anderes noch lernen können zu bauen Ähm Okay Ein Haustierbett Ein Haustierbett Okay Dinge gibt's manchmal Ähm Mein Prämier Mein Prämier kann ich herstellen Könnte ich eigentlich noch mal lernen Oder bauen Ne, bauen ja Ähm Ähm Na gut, dann Umdrehen Umdrehen Wieder ran Und dann passiert ja so Platz machen Wie kommt da rein Gut Okay Okay Andere Pfeile sind Driller Eigentlich nur drei Pfeile hat ich nicht mehr gehabt Ja nur drei, okay Halt Wo ist denn jetzt Siehste Ach da Siehste Hast du schon gelernt glaube ich total Oder Das Spiel auf jeden Fall nochmal holen Ich hab jetzt meinen Scanner Oh Ich hab meinen Scanner im Schiff gelassen Ach ey Da war ich aber auch schlau ich ey Sooo Oh Ja ja So Sollen sie mal kommen die ganzen Krankheiten her Ja Ich bin selbst krank aus von daher Von daher Von daher ist das ehrlich gesagt relativ viral für mich So Besserungstation Okay 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 I see Keine Sorge Hey Lass mich doch bitte einfach nur Dankeschön So So Grüner Kolander Das ist ja Das ist ja so Kaffinus Oder Was Kaffinus Ja Ja Kaffinus Abgekocht werden Okay Das sind jetzt auch nur Kaffinusse Das sind jetzt auch nur Kaffinusse Das sind jetzt auch nur Kaffinusse Was haben wir da? Hummus Chili Hummus Chili Das Mh Immer essbar Es sind ja Pio-Masse Das ist ja Pio-Masse Drei 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 Hör sie eingeschaltet so strom fehlt und wo ist das strom? ah da ach Gott ich habe sie zu Hause gelassen ok noch mal was zurück ja ja so wieder leben äh kurz mal was da kochen sehne schön das da schmeiße ich erstmal kurz mal woanders rein da rein ok nochmal rein alter hier Drehball hab ich so wieder da ich kann es immer noch von vorne machen alter so und jetzt hat der Computer an neue Kreuzung sehr positiv da 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 40 ok gut ok neue Markierung ok super Oberflächenlift interessant so super ein bisschen schlafen dann haben wir auch schon wieder Feierabend was wir hier gegessen haben sehr schön ich soll die Kaffee in der Bastard noch machen na komm fällig hier ist das Poster eigentlich interessant ist Poster eigentlich die kaffee nuss ich sehe den nächsten part wieder von forever skies und bis dahin bleibt geschmeidig oder hoffentlich diesmal mit einer besseren stimme und ist ja fortschritt ich glaube wir werden nicht nur mal ein bisschen was schon weit schiff arbeitern und das immer ordentlich ausbauen bis dahin schön mit uhrle bis demnächst